Um eine Kostenstelle zu löschen, öffnen Sie zunächst das Menü Kostenstellen verwalten und wählen dort Kostenstellen löschen aus. Wählen Sie die Kostenstelle aus, die gelöscht werden soll und bestätigen mit OK. Bestätigen Sie ebenfalls die Sicherheitsabfrage, dass nun die Kostenstelle gelöscht werden soll. Die Löschung wird Ihnen nun bestätigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020